Einen schönen guten Tag, Mittag, Abend oder was auch sonst bei euch für eine Tageszeit ist. Willkommen zurück zu Subnautica. Ich hatte gesagt, wir schwimmen jetzt da hinten mal tief runter, denn wir haben das neue Tiefenmodul freigeschaltet und können uns direkt auf den Weg machen. So. Ah, das Licht ist immer noch grässlich. Wahrscheinlich leuchtet das dann die ganzen Partikel an. Oder das ist nur dafür gedacht, wenn wir selber draußen sind. Okay, wir haben also knapp 400 Meter, die wir runter können. Nochmal, also nochmal knapp oder ein bisschen weniger als die Hälfte, die wir bereits haben. Ich will da so ein bisschen von entfernt bleiben. Aber dass das so gut alles hier läuft, hätte ich selber nicht gedacht. Ich hatte ja anfangs gesagt, das ist nur Testweise, dass wir mal runterschwimmen. Aber das hat sich jetzt dazu entwickelt, dass wir das festmachen. Sonst hätte ich ja auch nicht mehr gespeichert. Weil ich wollte eigentlich nur gucken, wie stabil das Raumschiff ist. Äh, U-Boot ist. Warum sag ich immer Raumschiff? Ah, ist ja auch egal. Warte, was? Krass. Das kannte ich auch noch nicht. Okay. Und die Prozent bestehen immer noch. Jetzt bin ich gespannt, ob wir Kianid finden. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Kann aber auch sein, dass das sehr gefährlich ist zu besorgen. Wer weiß, was uns erwartet. Oh, nicht weit. Hier sollten wir problemlos langkommen. Bist du denn? Okay. Das muss ich mal gerade ansehen. Das kennen wir noch nicht. Wo ist es hin? Da ist es. Lava-Larfe. Können wir sogar mitnehmen, oder? Merken wir nicht. Das hier brauchen wir. Die Rubine. Ach ja, das ist schön. Was ist eigentlich hier? Ach, einfach nur so eine Art Fenster, oder? Oder einfach nur Verzierung. Eine Lava-Larfe. Eine Lava-Larfe. Interessant. Äh. Äh. Igitt. Ich lass sie mal da hängen. Die wird ja nichts tun. Ich film ganz sicher mit. Äh. Ach. Ja, jetzt. Äh. Hübsch ist anders. Ich hab die nur von der Seite gesehen, und das sah ja ganz interessant aus. Ich weiß nicht, wie viel Hitze das Ganze hier mitmachen kann. Aber... Hier sieht es auch gar nicht mehr so schön aus. Entschuldigung. Ich sehe aber auch nicht mehr viel. Nice. Der Reaper. Den hatten wir schon in den letzten Folgen entdeckt. Oh, wir haben gar nicht die, äh, die zwei komischen... ...Leuchtdinger da angesehen. Da verspreche ich euch, dass wir das auf jeden Fall noch machen werden. Ähm. Aber ich bin grad, um ehrlich zu sein, noch mehr hierin interessiert. Oh, oh. Auffassen. Ich glaub, aber auch die ganze Zeit hier dran hängen, diese... ...eklafte Larve. Ich glaub, die muss ich selber entfernen. Äh. Was war das denn? Ach, ein... ...Reaper. Boah, krass, wie weit wir noch runter können. Immer noch. Boah. Ich bin aber sicher, dass wir hier noch was finden werden. Ob's uns gefällt oder nicht. Die Larve gefällt mir so auch schon nicht mehr ganz so gut. Das ist Kupfer. Ich bin grad selber... Ich bin grad selber... ...sehr gespannt... ...so ein kleiner Fisch oder ein großer Fisch. Ein großer. War noch nie so tief unten. Noch nie. Und ich glaub, also ich frag mich, ob das eine gute Idee ist, hier hinzukommen. Wir haben aber auch keine großen Gegner mehr gesehen. Nur noch die kleinen. Das ist ein Reaper. Also hier würden wir auf jeden Fall gute Energie kriegen, aber... naja... Ich glaub, das heißt Kyanid. Aber wie sollen wir das... Wie sollen wir das kriegen? Wird ganz sicher Kyanid sein. Sieht auch wirklich schön aus, aber... Wie soll man das kriegen? Das... Das geht... Äh... Sag... Sag ich muss... Sag bloß, ich muss das mit dem Krebs abbauen. Wieder auf Risiko. Ich mein, das werd ich jetzt machen. Deswegen werd ich auch wieder speichern und gegebenenfalls laden. Aber... Ja, machen wir das doch. Engine powering down. Äh... Was liegt da? Okay, das sieht eigentlich richtig schön aus. Das sieht aus wie so ein Sonnenaufgang. Aber wir... Wissen alle, dass es nicht... ...so schön ist. Wir sind zu weit unten, aber egal. Reihen wir uns. Geht zum Glück nicht allzu schnell kaputt. Kyanid, wie ich gesagt hab. Geh mir so viel mit, wie es geht. Barm, bau ab. Wir kriegen... Wir kriegen gar kein Kyanid mehr. Ach, guckt euch mal da. Al-2-Seo-5. Was zum... Gibt's das überhaupt auf der Erde? Nö, wahrscheinlich nicht. Ja, doch. Glaub ich eigentlich schon, um ehrlich zu sein. Es gibt so viele schöne Steine, so schöne Kristalle auf der Erde. Na unten ist noch... Also ich muss auf jeden Fall noch was abbauen, damit... Das reicht auf jeden Fall noch nicht. Glaube ich. Warte mal. Kann er hier gucken. Aber echt eine schöne Beleuchtung hier. Aber hier drin muss jetzt gerade so eine... ...Schweinehitze sein. Tiefenmodul... Genau, hier. Kyanid. Dreimal. Und für den Krebs. Dreimal. Also ich brauche sechs Kyanid. Ich habe jetzt zwei. Und wir haben immer noch 100 Meter Spielraum. Stellt euch mal vor, das hier wäre ein Erz. Aber diese Larve, die nervt irgendwie. Was zur Hölle ist das gewesen. Ich drehe mich mal hier weg. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht angelockt. Das gucken wir uns auch noch an. Aber nicht jetzt. Auf jeden Fall nicht jetzt. Wo ist das Kyanid? Gib mir das dritte. Gib mir das dritte. Gib mir das dritte. Gib mir das dritte. Ich brauche das dritte. Ich muss den Krebs erstmal aufrüsten. Wo bleibt mir ein Kyanid? Das ist spannend. Das ist gar nicht gut. Ich muss hier raus. Das geht zum Glück. Ich mache auf 75 und dann mache ich weiter. Das ist selten, das Kyanid. Kyanid. Bitte komm da hoch. Bitte komm da hoch. Halb verbraucht, halb verbraucht, halb verbraucht. Ja, das schaffen wir. Alter Schwede, wie viel sind hier dran? Alter Schwede. Ich muss aber auf jeden Fall erstmal den Krebs bauen. Den Krebs, das Krebstiefenmodul. Ach Mist, wir brauchen wieder Lithium. Lithium, ah ne, haben wir nicht. Da müssen wir nochmal zurückschwimmen. Kyanid haben wir, die dann. Und das, ja. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück. Speichern, wir haben die drei. Aber das ist echt selten. Und die hier werde ich alle entfernen. Das wird mir ein bisschen zu spooky. Wir gucken uns dieses riesige Monster, was auch immer das noch ist, auf jeden Fall an. Ich meine, ich hab so ein dumpfes Gefühl, was das für ein Monster ist. Und ich glaube auch, dass es das Größte ist, was es in diesem Spiel gibt. In dieser unruhigenden Tiefe. Darum ist unsere Basis. Wir sind aber nicht direkt, auf direkten Weg gekommen. Aber das war gerade nochmal spannend. Für mich. Dass wir da draußen reparieren mussten. Im Angriff eines feindlichen Tiers. Dann gucken wir nochmal. Wo wir Lithium finden werden. Und jetzt wieder Kyanid. Dann würde ich sagen, schwimmen wir auch mal in die andere Richtung. Ah genau, hier sind wir rausgekommen. Habe ich das Gefühl. Also hoffe ich. Hier sind nämlich wieder so dunkel. Und das war es auch bei dem Übergang in das Gebiet. Ich glaube du hattest... Ah nee, das waren die... äh... ...Krabben... ähm... Tintenfische. Die haben... ...ein EMP losgelassen. Ist aber echt schön. Hier unten. Mit diesem Lavawasser fallen so. Das ist echt interessant. Ja... 74% Energie. Das sieht auch noch eigentlich hervorragend aus. Ab 50 werde ich glaube ich mal die leeren alle umfüllen. Die leeren... ...Energiezellen. Da schwimme ich jetzt nicht lang. Ich bleibe auf dem direkten Kurs. Aber 400 Meter hat man schnell erreicht. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Können wir... ...1700 Meter tief. Aber es wird auf jeden Fall reichen. Was war das denn? Ach wie ein Fisch. Ich frage mich was das da ist. Achso. Okay. Ich will mal besser hoch. Äh... Was ist... Was ist das? Der hat wieder losgelassen. Wunderbar. Aber der hängt echt die ganze Zeit... Ah hier sind wir wieder zu Hause. Okay gut. Dann können wir jetzt den Krebs aufrüsten. Was wenn ich hier doch schwimme? Seid ihr dann? Nee okay. Ihr lasst nicht los. Hier passe ich am besten auf. Die sind riesengroß. Genau wie ich. Achtung. Ich... Komm mal... Äh... Hier hoch. Ah das ging ja nochmal hoch. Stimmt. Ich dachte schon gerade. Das sieht ein bisschen anders aus. Als da wo wir herkamen. Ich werde auf jeden Fall als nächstes mal in die andere Richtung schwimmen. Da wo die... Wo die... Gebilde sind. Aber schon so tief unten. Und schon so unabhängig von allem. Wir haben Pflanzen. Also trinken und essen haben wir. Wir haben Energie. Was brauchen wir mehr? Die Rohstoffe. Die finden wir hier überall. 300 Meter und wir sind zu Hause. Ich schätze mein ganzes Raumschiff. Äh... Da sind wir wieder. Mein ganzes U-Boot ist... Voll. Von diesen... Viechern. Da ist auch... Habe ich jetzt erst gesehen. Da ist auch noch eins. Ein bisschen schade, dass die Anzeigen da unten durchgehen. Achso, das ist unten drunter dann. Okay, ich verstehe. Da habe ich immer die ganze Zeit überlegt. Speichern. So. Ah. Wovor ich jetzt was mache. Wir haben die drei... Kyanid. Ah, Lithium. Wir waren wegen Lithium hier. Aber erstmal... Ob ist es mit der... Ach. So kommt es ab. Da ist auch noch eins. Aber es ist wie das Gefühl, dass wir hier... Was fressen wollen. Ich schwimmt bloß weg. Ah, ist auch wieder einer. Bisschen hier... Oh, ich brauche ein Medikit. Was sieht doch wieder sauber aus. Ungeziefer. Was soll das? Ich bin besser weg. Sonst werde ich böse. So. So. Achja, das brauchen wir auch. Wir brauchen gerade alles. Achso, volles Inventar. Verständlich, dass das dann nicht geht. So. Zwei Ladungen noch. Dann sollte das passen. Einfach mal durchklicken hier. Achso, da ist die Rettungskapsel noch. Ja. Eine noch. Eine Ladung. So. Geht mal speichern. Dann suchen wir mal Lithium. Das mache ich aber mit euch erst in der nächsten Folge. Denn wir sind wieder am Ende einer Folge. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020